Ja Leute, ich wünsche euch was. Wunderschönen guten Morgen, vielen Dank fürs Einschalten, ich freue mich extrem, heute mal wieder für euch aufnehmen zu können. Und jetzt geht's hier, ihr seht es eh schon im Hintergrund, und zwar, also ne, da kann ich nicht hindeuten, da ist der Ausschnitt weg. Und zwar im Derby von Barcelona gegen Espanyol und danach haben wir das Champions League Spiel gegen Monaco. Im Moment läuft es sehr gut bei uns, wir sind gut drauf, ich hoffe ihr auch, ich bin gut drauf. Und die Aufstellung für das Spiel gegen Espanyol haben wir im letzten Part schon gemacht. Das heißt, wir müssen auf die letzten Fatih, Joao Rosa und Buonasosa verzichten. Roman und Marcos haben gerade erst bei der B11 gespielt, oder bei der, ja müsste die B11 sein. Und ja, dann haben wir noch die müden Ibanez und Araujo, die eine Pause bekommen, ebenso wie Arnau, Zola. Ja, Porro ist eigentlich auch ein bisschen müde, wobei, genau, da haben wir die Spielbelastung, die hoch ist, und Zingo ist müde. Das heißt, das ist irgendwie eine blöde Kombination. Ich würde sogar sagen, dass wir es vielleicht dann noch so machen, dass Mokele recht spielt, damit wir hier wirklich die Belastung möglichst gering halten bei allen. Ja, und dann schauen wir, dass wir jetzt einfach im Derby gegen Espanyol, Barcelona, unsere Form, unsere gute Form halten, die drei Punkte holen. Und ja, genauso weitermachen, wie bisher. Mit dieser Aufstellung werden wir es heute probieren. Und hier sehen wir jetzt noch die Formation von Espanyol. Die haben momentan eine Niederlage nach der anderen. Tony Lato, einer unserer Ex-Spieler aus dem Arsenal Let's Play, sehen wir da. Espanyol kämpft ziemlich die letzten Jahre. Sie waren ja auch in echt mal abgestiegen. Ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Challenge, so den jeweils kleineren Klub einer Stadt groß zu machen. Wie den FC Paris zum Beispiel, oder eben Espanyol, Barcelona. Guardiol, da ist niemand. So, Gabi mit der Flanke. Und da ist Eric Garcia, Ball wird geblockt und geklärt. Also mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse. Wie weit läuft alles gut, nur das erlösende Führungsdorf fehlt noch. Der Versuch von De Jong war gar nicht so schlecht. Gabi mit der Ecke. Und Erling Haaland mit dem Abschluss, der beinahe drin war. Gute Parade. Also wir drücken jetzt schon gewaltig. Viele Freistoßsituationen, die wir da auch bekommen, weil sie sich wahrscheinlich oftmals nur durch ein Foul helfen können gegen uns. Gabi und Knapp daneben von Almeida. Jetzt wird es dann schon langsam Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich werde ein bisschen ungeduldig. So, Yusuf Demir, guter Antritt. Gut rechts raus auf Mokele. Und da ist De Jong. Super Parade von Bruno. Varela, der den Ball zur Ecke wehrt. Vau Kasia auf Gabi. Aber der Pass war richtig schlecht. 24. Wieder De Jong. Wieder gute Parade. Wann ist er endlich drin? So, Gabi. Wieder schlechte Flanke. Dabei hat Gabi eine Note von 7,4. Also eigentlich eine relativ gute Mokele mit einer gelben Karte. Eben sagen wir schon, dass er aufpassen soll. Gerade eine Unterzahl könnte natürlich die Partie ziemlich zum Kippen bringen. Und da war jetzt scheinbar ein Schubser gegen Erling Haaland dabei. Und damit jetzt eventuell per Elfmeter die Chance, uns in Führung zu bringen. Schauen wir mal, was der Schiedsrichter sagt. Er gibt ihn. Damit haben wir die gute Chance für Erling Haaland hier in der 35. Minute. Und er macht ihn. Damit gehen wir endlich in die verdiente Führung. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit bringt. Und wir dann bald die Führung ausbauen können. Wäre natürlich jetzt wichtig. Hier sucht Demir mit einem super Pass. Mokele wieder auf Demir und der haut ihn drüber. Schade. Quadiol auch noch mit einer gelben Karte. Und Almeida auch noch. Und da machen die den Ausgleich. Das sind solche Penner. Der erste Torschuss, 46. Minute. Eine Standardsituation und er ist drin. Also wie nervig ist denn das? Nuno Santos. Fußball kann so grausam sein. 17 zu 2 Schüsse. Sorte Young. Mach ihn. Wieder nichts. Immer schon komplett drüber von der Zeit her. Ja. Unglaublich. Also wir haben da einfach nur Pech. Verliert nicht den Glauben. Ganz wichtig natürlich. Bei den gelben Karten mache ich mir jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen. Aber wir werden das hoffentlich gut überstehen. Aber weiter geht's. Wir können ihn so weitermachen. Ich meine wir haben im Endeffekt alles richtig gemacht. Nur das Glück war noch nicht auf unserer Seite was die Torschossen angeht. Aber auch schon krass die Nachspielzeit. Drei gelbe Karten in der Nachspielzeit und ein Tor. Also der Schiedsrichter. Bei dem sitzen die Karten heute auf jeden Fall recht locker. Okay Eierling Haaland glaube ich mit sieben Metern im Abseits. Ich habe da braucht man keinen Video Schiedsrichter. So Almeida ist richtig müde. Ich mache das folgende. Ich schiebe den Mokele hier nach hinten. Die Anweisung ist eh noch drin. Und dann bringen wir den Singo. Der ist aggressiv. Das ist sicher eine gute Idee. Bei einem Schiedsrichter der so locker gelbe Karten verteilt. Ich hoffe das ist kein Abseits. Der ist der Young per Kopf. 60. Minute. Wie erstes Tor zählt. Gavi dieses Mal mit dem Assist. Und der Young per Kopf bei einem Freistoß. Sieht man auch selten. Normalerweise ist der eher jemand der die Freistoße tritt. Der ist jetzt auch mit einer gelben Karte. Was ist denn heute los? Der Schiedsrichter ist aber auch irre oder? Ich meine man sieht die Situation ja nicht in denen er die gelben Karten verteilt. Aber bei der Anzahl. Er bleibt seiner Linie zumindest treu. Wenn man mal was Positives sagen möchte. Müssen wir vielleicht noch aufpassen. Ob wir da noch wen bringen. Ich weiß nicht. Herling Haaland auf Yusuf Demir. Aber nicht so gut gemacht. Petri. Dingo. Okay das war. Also bei dem Schiedsrichter kann man es versuchen. Hätte normalerweise auch gelbe Karte und Elfmeter geben können. Aber war eher ein bisschen peinlich. Ich lobe sie mal. Die Moral. Petri mit dem tollen Pass in die Tiefe und Demir macht ihn wunderbares Tor. 3 zu 1 in der 74. Minute. Jetzt werden wir vielleicht noch mal wechseln. Wir haben erst einmal gewechselt. Ich kann den Erling Haaland rausnehmen und Francisco bringen. Wobei ich es dann vielleicht so machen würde. Yusuf Demir ist hängende Spitze. Machen wir es mal so. Richtig guter Pass von Petri. Yusuf Demir nimmt ihn aber auch super mit. Weil wenn er den ein bisschen schlechter mitnimmt, dann geht er vom Tor weg. Gute Balleruhrung von Petri. Dingo. Mit dem hier nochmal mit der Chance vielleicht. Theo Hernandez. Petri mit dem Abschluss. Wieder Petri mit dem Abschluss. Also eigentlich kannst du das Ding halt auch 7 zu 0 gewinnen. Das ist irgendwie wirklich schräg, diese Partie. Da wird gegen Mokele nachgetreten. Und dafür gibt er nichts. Okay. Gut von Francisco. Dingo. Okay, er hat viel Platz. Wird nicht attackiert. Und er war auch drin drüber. Beinahe das vierte Tor. So, für die Schlussphase werden wir jetzt noch einen Wechsel machen. Petri ist richtig müde. Bringen wir dort den Funderback. Dann tauschen wir die beiden. So, gar wie mit dem Freistoß, 87. Und der Back knapp drüber. Hört euch das an. Jetzt hat Rocker doch noch seine Gäbe-Karte bekommen. Also was ist mit dem Schiedsrichter los? Kann man im FM eigentlich auch eine Sperre bekommen, wenn man Schiedsrichter beleidigt. Sonst würde ich das jetzt mal versuchen über die Medien. Ich lobe sie auf jeden Fall, weil das Spiel war gut. Haben ja auch quasi nichts zugelassen, bis auf diesen einen Freistoß, der reingegangen ist. Souveräner Sieg. Im Endeffekt dann doch. Nein. Wie lustig, die haben den Barca B-Trainer entlassen. Na, sehr spannend. Aldo Duscher ist nach Holger im Gespräch. Der ist nämlich sogar Österreicher. Ganz spannend. PSG ist beeindruckt von Petris Leistung. Ja, ich auch. Ich auch. United ist weiterhin an Erling Haaland dran. Wir sind 37 Partien umgeschlagen. Naja. So ist es auf jeden Fall jetzt. Jetzt haben wir Monaco. So. Werden wir noch schauen. So. Verletzungsbericht. Zwei Wochen ist Ansu Fati also noch verletzt. Das heißt, ein bisschen fällt er noch aus. Warner Sosa auch noch bis zu zwei Wochen. Schauen wir mal. Haben wir jetzt mal. Ah, da geht es noch ziemlich durch mit englischen Wochen. Das heißt, da gibt es schon noch einige Partien, die sie leider fehlen. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle der Champions League haben. Also wir haben die beiden ersten Spiele gewonnen, haben jetzt das Doppel gegen Monaco. Da werden wir mal sehen, wie es denn so läuft für uns. Für die U19 mache ich die jetzt nicht verfügbar. Wir können auf jeden Fall auf Ibanias und auf Araujo wieder zählen. Quadiol ist halt auch relativ hoch belastet. Dafür geht Mokiele halbwegs. Deswegen würde ich das so machen. Dann nehmen wir rechts den Poro. Links müssen wir schauen. Eigentlich TOR Nandes. Das heißt, ich werde dann schauen, dass wir den Arnau Sola mithaben. Vielleicht können wir ihn einwechseln, wenn es von der Belastung her über den Spielern halbwegs geht. Erik Assian nehmen wir mit. Tonali für Gavi müssen wir schauen. Eventuell könnte man das sonst so machen. Weil Pedri auch recht hoch belastet ist. So, die Stürmer sind auch recht hoch belastet. Da würde ich vielleicht noch den Sheshko für Yusuf Demir spielen lassen. Erling Haaland lassen wir drin. Qualiol und Singo bekommen die Pause. Und ja. Ja, ich würde sagen, so gehen wir es an. Bin ich mal gespannt. Monaco auswärts. Jan und Zaya haben die. Aber die sind auch nicht wirklich gut in Form. Test links hinten. Na, sehr spannend. Aber der ist da jetzt verkauft, oder? Ich glaube, den haben wir nicht mehr verliehen. Ja. Den werden wir jetzt natürlich auch ein Auge haben. Gabi bleibt dann vollant hängen. Super Kombination. Tonali. Naja, der ist halt nicht der torgefährlichste Spieler. Der Versuch war aber gar nicht schlecht. T-1 und S. Und da ist Sheshko. Der ihn drüber köpft. Sechste Minute. Also wir sind auf jeden Fall näher dran in den ersten paar Minuten als Monaco. Schauen wir mal, ob es so weiter geht. So, Theo Hernandez. Gut gemacht. Und der Kopfball knapp drüber von Sheshko. Erling Haaland. Und guter Pass. Theo Hernandez. Der ist jetzt, boah, versucht das aus dem Spitzenwinkel. Ivo Sitsch mit der guten Parade. Weil es mir gerade so einfällt, Theo und Lukas sind ja Brüder. Sind so ziemlich das bekannteste oder das stärkste Brüder-Duo, das mir jetzt so auf die Schnelle einfällt. Neben vielleicht Gary und Phil Neville Ende der 90er oder in den 90ern. Gibt es andere Brüder-Duos, die extrem stark waren? Ich kann überlegen, aber mir fällt gerade nicht wirklich was ein. Nichts auf diesem Level, wie die sind. Also Lukas und Theo. Muss man schon sagen. Respekt. Meistens hast du einen, der sehr gut ist. Und da der kleinere Bruder ist, dann halt meist nur durch den großen so ein bisschen bekannt. Und ist halt normal irgendwo Profi. Nicht auf dem Niveau. Mich mal interessieren, ob euch jemand einfällt. Eigentlich ist es voll offensichtlich. Und es gibt total viele. Die Bänder-Brüder. Dann nochmal natürlich krasser sind mit Zwillingen. Oder als Zwillinge. Im Moment schon wird Monaco etwas unangenehmer und stärker. Aber gegen die haben wir ja schon mal gespielt und die waren immer unangenehm zu spielen. Da haben wir uns immer irgendwie geplagt. Wie weiter ein Raucher von Ben Yeda weg geht, ist mir auch so wieder. Ich gehe jetzt mal mehr fordern. Denn wenn wir so weitermachen, dann klingelt es vielleicht bald. Damajua Meni zum Beispiel. Auch ganz interessanter Spieler, der jetzt zu Real gegangen ist. Ich glaube, der Wechsel ist fix im Sommer. Boah. Müssen wir uns auch mal anschauen hier. Unglaublich gute Werte. Markt wäre das halt auch brutal, aber wir werden ihn mal scouten. Wobei man eh schon so ziemlich alles über ihn wissen, aber radet nichts. Erling Haaland, Cesko. Also so kläglich Chancen zu vergeben, das kann sich natürlich dann rächen. 11 zu 3 Schüsse. Erling Haaland mit der Balleroberung. Pass auf, Cesko ist gut und er haut ihn wieder drüber. War schon abseits, aber erneut äußerst unpräzise, dieser Abschluss. Gut von Gavi. Cesko. Kommt schon. Wird wieder nix. Und da ist es passiert. Cesko nach Vorlage von Teo Hernandez. Mit dem siebten Saisontor. In der 42. Minute trifft er jetzt hier per Kopf zur Führung ausgezeichnet. Damit sollten wir jetzt dann neun Punkte haben. Das ist glaube ich noch nicht sehr genau, jetzt ist das aktualisiert. Ja, wir kontrollieren den Ball, so wollen wir das haben. De Jong müde. Da werden wir den ersten Wechsel machen und bringen Van de Beek. So, Cesko. Ich habe ja in echtes momentan das Gerücht mit De Jong zu Manchester United, gerade wieder ganz heiß. Und da bin ich mal gespannt, weil Van de Beek freut sich glaube ich auch über den neuen Trainer Den Haag. Und die Connection De Jong und Van de Beek, die könnte schon ganz gut funktionieren. Deswegen gibt es eben dieses Gerücht, dass der zu Manchester United gehen könnte. Barca kann das geltend bestimmt brauchen. Sehr gut mitgespielt von Ter Stegen. Gut von Teo. Erling Haarlands Pass war nicht schlecht. Und da, Ivozic schießt Cesko an. Wie verrückt ist denn das Tor? 2 zu 0. Die Situation war für mich eigentlich schon ziemlich erledigt. Also ich wollte da schon, wollte schon damit abschließen. Hier sehen wir es nochmal. Der Pass eigentlich ganz gut. Sehr gefährlich, aber die Alohati. Und Ivozic schießt halt Cesko einfach an. Der hält aber auch den Kopf dagegen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ganz, ganz stark. Togolo Wien. Super Tackling. Mokiele. Pedro Porro mit dem Pass in die Tiefe auf Gavi. Der ist zu weit. Aber der nächste Torwartfehler, was ist denn mit ihm los? Gavi mit dem 3 zu 0. Also unfassbar, was Ivozic da gerade abliefert. Habe ich auch selten gesehen. Zwei solche riesige Schnitzer in einem Spiel. Na, unglaublich. Eigentlich eine ganz gute Konzentration. Gute Nervenstärke. Passend 7 bis 10 ist halt jetzt nicht so der Burner. Naja, 3 zu 0 auf jeden Fall. Dementsprechend würde ich sagen, bringen wir jetzt wieder Francisco rein. Lasst ihn als Press in der Stürmer. Ich habe denen echt die falsche Rolle gegeben im letzten Spiel. Er hat eh so eine hohe Aggressivität. Und Erling Haaland bekommt wieder die Pause. Beim Stand von 3 zu 0 kann man, glaube ich, unberuhigt wechseln. Und eben Francisco diese halbe Stunde Champions League geben. Sicher ganz gut für seine Entwicklung. Press-Core auf Francisco. Theo Hernandez. Ah, da könnte man auch noch wechseln. Sonali. Plus geblockt. Theo wird nämlich auch schon recht müde sein. Wir haben Arnau-Sola auf der Bank. Ja, wir haben ihn dann reinbringen. Nächste gute Chance. Francisco's Versuch war das, der von Toyota geblockt wurde. Das ist immer irgendwo ein Bein dazwischen oder ein Glied. Bis zum 70. warte ich noch. Früher möchte ich den letzten Wechsel jetzt eigentlich nicht machen. Und dann werden wir den Theo Hernandez noch rausnehmen. Ich stelle es jetzt mal. Ja, warte mal die Szene vielleicht noch ab. Warte mal. Ivo Sitch ist ein Ball. Ah, dieses Mal passiert nichts. Ganz im Gegenteil. Chance für Monaco. Sessegnon. Aber kein Problem. So, wir machen den letzten Wechsel. Ich bringe den Arnau-Sola links hinten. Statt Theo Hernandez. So. Gut von Sola, wie er sich hier durchsetzt. Sola von Francisco. Und der macht das Tor. Das könnte Absatz sein. Das wäre endlich sein Pflichtspiel. Also sein Premieren-Treffer quasi. Und er zählt. Er zählt scheinbar. Arnau-Sola. Hier setzt er sich mit ein bisschen Glück durch. Wer bei Dest das Absatz aufgehoben hat. Vielen Dank, Sagenio Dest. Damit trifft unser junges Talent Francisco zum ersten Mal. Und wir souverän in der Champions League 4 zu 0. Hat gerade am Anfang zwischendurch so ein bisschen gefährlich ausgesehen. Da war dann Monaco kurz mal so wirklich so 5 bis 10 Minuten richtig gut. Aber das reicht dann halt im Endeffekt nicht aus. Bayern gegen Villarreal. Da planen sie sich. Das wissen wir. PSG gewinnt 6-0 gegen Dortmund auswärts. Boah, das ist brutal. Und auch hier Astana in der Champions League. Genauso wie bei unserem anderen Let's Play mit Ajax. Ganz spannend. So, Reschko mit zwei Toren. Und ja eben, jetzt schaue ich nochmal kurz nach, aber ja, Franziskos erster Treffer für uns. Ziemlich coole Geschichte. Jetzt haben wir Gichron und Real Valladolid. Das heißt, wieder zwei Gegner, die vermeintlich einfach sein sollten. Man weiß es zwar nie, aber gehen wir mal davon aus. So, verfügbar machen wir Roman und Markus. Und da werden wir jetzt vielleicht auch ein bisschen rotieren. Also ich werde, glaube ich, den Arnau Sola gleich von Anfang an links spielen lassen. Trainiert auch gut. Also dem tut die Entwicklung sicherlich auch gut. Man sieht hier auch von den Noten her, dass er absolut in Ordnung unterwegs ist. Ist jetzt nicht das Megatalent. Wird jetzt wahrscheinlich nicht zur Weltklasse reifen, aber eben für die Breite für uns. Gerade in so einer anstrengenden Situation wie jetzt, wo er einfach halt ein vielseitiger Spieler ist, der alle möglichen Positionen abdecken kann, ist das schon eine ganz coole Geschichte. So. Jetzt ist eben die Frage, wie wir da Also ich habe gerade gedacht, der FN hat sich verabschiedet. Wie wir da jetzt aufstellen. Also den Dreien ist überall die Spielbelastung hoch. Jetzt schauen wir mal kurz. Verletzungsrisiko hoch. 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 Verletzungsanfälligkeit gering. Unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Ja, dann lassen wir den Mokele spielen. Ich nehme den Gassier noch mit und den Almeida. Die beiden tauschen wir damit, wie wir Mokele im Zentrum haben. Der ist mir immer da lieber. Der Teo einen lässt eben Anaus Sola. Dann werden wir den Singo statt dem Poro spielen lassen. Ah, Guardiol kann man eh spielen lassen. Okay, dann machen wir es anders. Dann kommt Mokele auch seine Pause. Dann müssen wir, ja, dann tun wir Guardiol ins Zentrum. Ist mir ehrlich gesagt dann lieber als Almeida wahrscheinlich. So, Nali ein bisschen müde. Gabi allerdings auch. Ja, da muss dann trotzdem Gabi durch, hätte ich gesagt, für das Spiel. Der Petri darf wieder spielen. De Jong ist fit genug. Dafür kriegt Erling Haaland vielleicht jetzt mal die Pause. Lass mal Francesco mal von Beginn weg spielen. Warum nicht, oder? Machen wir es so, würde ich sagen. Ja, eigentlich sind wir von der Zeit her schon am Ende. Können wir vielleicht noch kurz die Verträge checken. Passt immer ganz gut rein. Wenn wir eh noch ein paar Minuten haben. Also wir sehen hier, bei uns in der ersten Mannschaft läuft jeder Vertrag mindestens noch zwei Jahre oder eineinhalb. An dem hier ist Chelsea interessiert. Ja, also wir haben hier schon dafür gesorgt, dass die Verträge relativ lange laufen. Wir müssen halt überlegen, gerade bei so Leuten wie Almeida und Sola oder auch einem Demir, dass die wahrscheinlich dann bald bessere Verträge haben wollen. An Almeida ist Sporting Lissabon interessiert. Halt schon ein ganz netter Spieler für die Breite. Ja, 1,9. Was hat er jetzt? 700.000. Das passt schon eher zu dem. Ich möchte halt jetzt einfach auch, dass der ein bisschen glücklich ist. Vier Jahre. Das passt. Dafür streiche ich ihm die Gehaltserhöhung raus. Und das geben wir auf 5%. Dafür kriegt er 1,95. 2,1 hätte er gern. Machen wir so. Und dann werden wir auch noch den Vertrag von unserem A-Nous-Sola verlängern. Der wird natürlich nicht ganz so viel haben wollen. Rotationsspieler will der haben. 1,1. Ja, 1,1 ist jetzt nicht tragisch. Gehen wir wieder hier rauf auf das. Dann müssen wir hier die ganzen Erhöhungen rausnehmen. Dafür lasse ich ihm die 10% drin. So, das streichen wir raus. 1,17. Für A-Nous-Sola. Dann hat er auch vier Jahre verlängert. Dann haben wir Mokele, dessen Vertrag ausläuft. Als Newcastle interessiert. Der hätte auch schon langsam gerne einen neuen Vertrag. Der Stegens Vertrag läuft bald aus. 32 Jahre alt. Das ist bei einem Torhüter ja sowas von wurscht. Also den könnte man auch noch verlängern. Und Yusuf Demir will auch einen neuen Vertrag. Will wahrscheinlich Stammspieler sein. Oder die nächsten Jahre quasi Stammspieler. Das hätte er gern 8 Millionen. Okay. Ausstiegsklausel finde ich gut mit 168. Das passt mir. Aber der kann keine 8 Millionen kriegen. Und dann 10% Gehaltsanpassung. Also bei aller Liebe. Also natürlich verdient der mehr. Der ist auf einem richtig guten Niveau. Den werden wir fünf Jahre verlängern. So. Dann wollte ich noch in die zweite Mannschaft schauen. Wie schaut es hier aus mit den Verträgen? Da müssen wir sowieso schauen. Die sind momentan akut in Abstiegsgefahr. Ah, da laufen Christian Tejo läuft natürlich aus. Jesus Soluzabal. Den kann man glaube ich dann freigeben. Da sind ja auch schon Leute interessiert. Hat nicht mehr wirklich viel Potenzial. Werde ich einfach mal anbieten. Weil da sind sowieso eben gerade Leute dran. Maestro wechselt. Und dann gibt es noch den an der Jorente. Der hat schon noch ordentlich Potenzial. Den sollten wir auf jeden Fall verlängern. Aber der will wahrscheinlich ordentlich Geld hier haben. 10%. Gehen wir hier noch ein bisschen rauf. Ausstiegsklausel. Gehen wir mal auf 80. Er hat gern 1,4 Millionen. Ich meine es ist ein richtig gutes Talent. Aber der ist halt noch richtig weit entfernt. Aber super Zielstrebigkeit auch. Also man kann dem schon einen ganz guten Vertrag geben. Sonst machen wir es so, dass wir hier ordentlich runter gehen. Aber nach 10 Ligaspielen bekommt er dafür dann halt 1,6. Wieder noch mehr Staffelungen. Geben wir ihm den Deal. Und in der U19. Haben wir keine Verträge, die auslaufen. Passt. Dann können wir uns das sowieso noch extra anschauen. Gut Leute. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann mit dem Spiel gegen unter anderem Gijon. Mit einem Francisco in der Startelf. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.